ja das holz hier und hier ist das einzige holz was wir haben das heißt wir müssen gucken dass wir schwerter herstellen dass wir dann stein gegen die stein bier gegen holz tauschen das sind massen das bier hätten wir ja schon mal sehe ich gerade für die freundschaft ja 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 Ja, ich überleg' gerade, soll ich Straßen bauen? So, du bist schon mal hier, wenigstens. Es gibt Steine hier, wo denn? Die Hauptlage ist doch eigentlich relativ leer. Okay, erster Weg bei, ist es fertig. Und du bringst immer noch Pilz ins Lager. Jetzt solltest du dann aber demnächst anfangen, Öl zu machen. Okay, okay. So, du bist dann gleich bei deiner Nahrung, die du brauchst. Ich finde das Geräusch nicht immer so seltsam, wenn sie was essen. Also wenn ich dem Kundschaft, dann sage ich, sie soll was essen. Das klingt nämlich irgendwie weniger nach Essen als nach irgendwelchen Wassergeräuschen. So, der nächste kommt hier ungefähr hin. Ja, Eisenmine steht schon eine Weile leer, ist aber halb so wild. Hast du hungrig bist, ist okay, deine Frau kocht ja. Warum auch immer du darfst, weil wir da unten bist. Und ja, ich will vor dem Lagerhaushalt die Anbindung haben. Das Lagerhaus kann dann auch ruhig mit Bier vollgepumpt werden. Bier. So. Und du hörst mal auf, Schulz zu machen, sondern tust Schafe hüten. Dann musst du zwar auch wieder ein ganzes Stück laufen. so. So. Das sieht gut aus. Und du hörst mal auf, Schulz. Ja, du gehst jetzt zum Jäger und stopfst dich damit essenvoll, während wir hier... ein Vorratszelt. Eine Goldmine. Und ein Wohnzelt. Können wir grad nicht errichten, weil wir schon außerhalb des Radius sind. so. Oh, die Schafe müssten nah genug sein, dass du es schaffen kannst. Also schaff was. Jägerzeit und Speermacherei stehen schon lange leer, ist nicht so schlimm. schlimm ist ja, dass er kein Holz findet. Ja gut, dann werde ich mir das mit der Speermacherei noch eine Weile sparen müssen, bis wir Holz haben. Am Möbel sollte ich auch Einsparungen vornehmen. Ach, du bringst jetzt Bier, okay. Da der Bäcker ja relativ voll ist... Ja, Droide erfunden, sehr gut. ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hmm. ich nehme dir mal das erste den träger weg bei der nahrung haben wir genug im augenblick wo habe ich jetzt mein kundschaft eigentlich stehen gelassen da ja also du machst ein päuschen weil ich muss jetzt gezielt holz einlagern sonst komme ich auf keinen grünen zweig da kann auch der holzfelder mehr holz hacken ach ja und zählt so bring erst mal holz her dass wir nämlich für so um die 25 eisen mal zusammen schmelzen neun haben wir ja schon ja ger ist hungrig da kannst du essen dein letzten habs kannst du dir beim fischer holen habe ich eigentlich weggeklickt dass wir ein zivilisten haben wir haben gott kein zivilisten also arbeitslosen so du kannst jetzt wieder richtig arbeiten weil du hast eisen und holz und holz ab jetzt an der hütte steht schon seit einer weile leer ist aber auch nicht so schlimm ab jetzt so so So...